Hallo, willkommen bei Nordfallmedizin zu einem erneuten EKG-Quickie und diesmal habe ich euch ein richtig tolles EKG mitgebracht. Schauen wir es uns gleich mal an. Die Klinik dazu, das ist ein anfangs 70-jähriger Patient mit Atemnot seit zwei Tagen, der präklinisch schon aufgefallen ist, dadurch, dass er kritisch krank wirkt, eine Pratikadie hat mit einer Frequenz von 37, die sich Aufgabe von Atropin nicht gebessert hat und es wird dann bei uns dieses EKG geschrieben. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir Pratikadieaktionen, die ziemlich regelmäßig sind, meist breit sind, mit einer Linksschenkelblock-Morphologie und zwischendurch sieht man einzelne Aktionen, die aber auch mit einem schlanken QRS-Komplex einhergehen. Und man meint, eine P-Welle vor jedem QRS-Komplex zu sehen, kommt also leicht zu dem Verdacht, naja, das ist halt eine extreme Sinus-Pratikadie mit einer Frequenz von 37. Aber Achtung, so eine starre Frequenz, die in so einem niedrigen Bereich unter 40, da sollte man immer gucken, ob da nicht noch mehr P-Wellen versteckt sind, wie bei einem AV-Block 2. Gratis. Und genau das hat unser Patient, wenn wir ganz genauer hingucken, sehen wir hier jeweils noch eine P-Welle versteckt. Ihr alle kennt die Lewis-Ableitung, natürlich haben wir das auch gemacht, die noch kurz am Monitor geklebt. Und auch da hat sich eben der Verdacht bestätigt, dass hier noch eine P-Welle versteckt ist. Also das haben wir schon mal geklärt. Wir haben einen AV-Block mit 2 zu 1 Überleitung. Und da ist ja immer die Frage, warum hat der Patient jetzt seinen AV-Block? Ihr kennt die 3 Ms. Hat er Medikamente genommen, die Pratikad machen? Hat er eine Hyperkalämie? Da würden vielleicht auch diese hohen T-Wellen dafür sprechen, dass es eine Hyperkalämie ist. Aber ich muss euch sagen, das Kalium in der BGA, was wir sehr schnell hatten, war normal. Das war nicht die Ursache. Und dann gibt es noch die dritte Ursache, der Myokard-Infarkt. Und da wird es jetzt natürlich etwas diffizil. Und schauen wir auf die dankbarer Weise eingestreuten schmalen Kammerkomplexe. Und wenn wir die uns ganz genau anschauen, dann sehen wir, vor allem in 3 und AVF, schon ein diskretes Hebungsmuster. Mit so typischen ansteigenden und abfallenden T-Wellen, passend zu einer nicht mehr ganz frischen transmoralen Chemie. Also ich denke da, der Patient könnte in der Tat einen Hinterwandinfarkt haben. Und wie ich ja immer sage, schaut er auch kontralateral und tatsächlich auch in AVL. Und 1 ist da eine Senkung da. Also die Verdachtsdiagnose lautet, Patient hat einen Hinterwandinfarkt. Dadurch dann den AV-Block mit 2 zu 1 Überleitung und intermittierend auch noch einen Linkschenkelblock. Und wir wissen ja, Linkschenkelblock und Infarktdiagnostik, da gibt es die Scarbossa-Kriterien. Die Scarbossa-Kriterien beruhen ja darauf, dass es beim Linkschenkelblock die Diskordanz gibt. Das heißt, QRS-Komplex und ST-Strecke gehen in unterschiedliche Richtungen. Und jetzt gucken wir mal nach den Scarbossa-Kriterien. Scarbossa-Kriterien Nummer 1 ist, dass diese Diskordanz aufgehoben ist und dafür eine Konkordanz da ist. Das heißt, Hauptvektor vom QRS-Komplex und ST-Strecke gehen in die gleiche Richtung. Das haben wir nirgendwo. Ja, vielleicht minimals, wenn man sagt, das ist positiv. Vielleicht in AV-F. Vielleicht. Scarbossa-Kriterien Nummer 2 ist, dass eine konkordante ST-Senkung da ist. Das heißt, der QRS-Komplex geht nach unten mit seinem Hauptvektor und auch die ST-Strecke ist gesenkt. Wie jetzt beim Posthöreninfarkt und Linkschenkelblock. Und Scarbossa-Kriterien Nummer 3 sagt letztendlich, dass ein Verhältnis da ist zwischen der diskordanten Senkung und Hebung und der Größe des QRS-Komplexes. Also er bezieht sich auf eine exzessive Diskordanz. Dass zum Beispiel eine Hebung, die diskordant zum QRS ist, mehr als 25% der vorausgegangenen S-Zacke ausmacht. Und es bleibt, auch dieses Kriterium ist hier negativ. Also in diesem EKG hätten wir kein sicheres Scarbossa-Kriterium für diesen Hintermann-Infarkt. Wie manche von euch wissen, sind noch andere Kriterien im letzten Jahr veröffentlicht worden, die Barcelona-Kriterien. Und die Barcelona-Kriterien sind noch nicht so validiert, sind auch ein bisschen in der Kritik. Wir wissen noch nicht genau, was wir mit ihnen machen können. Aber in diesem Fall würden sie einem helfen. Und zwar sind die Barcelona-Kriterien. Das erste Kriterium nimmt das zweite Scarbossa-Kriterium, dass jede ST-Senkung in jeder Ableitung, nicht nur in V1 bis V3, die konkordant ist, pathologisch ist, auf. Haben wir hier aber nicht. Und das zweite besagt, dass eine diskordante Hebung oder Senkung dann relevant ist, wenn sie mehr als ein Millimeter beträgt und der QRS-Komplex dazu relativ klein ist. Das heißt, ein exzessiver Ausschlag, obwohl es ein kleiner QRS-Komplex ist. Und dieses Kriterium, klein ist definiert als kleiner gleich 6 Millimeter des Hauptausschlages des QRS-Komplexes, das haben wir in dieser Ableitung hier in 3. In 3 haben wir kleiner als 6 Millimeter Ausschlag und eine Hebung, die 2 Millimeter ausmacht. Und insofern wäre hier ein Barcelona-Kriterium tatsächlich positiv. Muss man das alles wissen? Es kann einem helfen, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat. Was einem erfahrenen wahrscheinlich aufgefallen wäre, ist, wenn er sich einfach, nachdem er hunderte oder tausende von Linksschenkelblocks angeschaut hat, dass einfach diese Senkung hier für den Linksschenkelblock ausgeprägt ist in 1 und AVL und dass 3 und AVF einfach komisch ausschauen und nicht so wie bei anderen Linksschenkelblöcken. Hier hatten wir das Glück, dass wir mit einem schmalen QRS-Komplex relativ leicht zur Diagnose bleiben. Aber ihr seht, auch mit SCARBOSA-Kriterien ist es leicht, einen STEMI trotzdem zu übersehen. Und deshalb seid bei entsprechender Klinik immer vorsichtig. SCARBOSA-Kriterien können da einen kleinen oder mittelgroßen Infarkt definitiv nicht ausschließen. So, nochmal zusammengefasst. Seid vorsichtig bei fixierten Pratikatenfrequenzen mit der Diagnose Sinuspratikadie. Schaut, ob ihr nicht doch Hinweise für einen AV-Block 3 oder 2 findet. Zweitens, wenn ihr einen AV-Block gefunden habt, sucht nach den 3Ms, nach Myokard-Infarkt, nach Medikamenten, die Pratikatisieren und nach einer metabolischen Ursache, nämlich der Hyperkalämie. Und drittens, seid vorsichtig beim Linksschenkelblock mit Beschwerden eines akuten Coronasyndroms. Die SCARBOSA-Kriterien sind hilfreich für ein Rule-in, einen Infarkt, nachzuweisen, aber sind nicht ausreichend sensitiv, meiner Meinung nach, um einen Rule-out zu machen. So, das war's von mir mit diesem besonders spannenden, schönen EKG. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss! Meldet euch, bis zum nächsten Mal wieder.